Moin Freunde, was geht ab? Willkommen zum Entscheidungstag heute gegen Malthof Mannheim in Duisburg. Wir schauen uns in der reisen Arena mit Deli und Jan. Ja Freunde, ich habe euch gesagt, wartest du auf Freitag das Spiel gegen Mannheim. Es wird ein spannendes Spiel. Es geht um den Abstieg heute. Abschiebskampf pur. Wenn wir das verlieren, sind wir wahrscheinlich, also wir sind schon abgestiegen. Aber mathematisch ist noch nichts entschieden und die Hoffnung ist noch da, Freunde. Als Duisburger, ich würde sagen, ich habe Bock. Das ist hier die aktuelle Tabelle. Könnt ihr noch einmal sehen. Und ja Freunde, ich will nicht viel reden. Wird ein spannendes Spiel. Wir müssen das Spiel heute gewinnen gegen Mannheim. Ansonsten ist die Sache vorbei zu 99%. Auch wenn es mathematisch noch nicht vorbei ist, ist es unmöglich noch irgendwie viel Spiel zu gewinnen. Aber ja Freunde, ich würde sagen, was gibt es, Jungs? Ich sage, 2-1 Sieg. Was sagst du, Jungs? 2-1 Sieg. Ich sage, das wird ein 3-1 für MSV heute. Und Freunde, ich drücke MSV die Daumen. Ich hoffe, wir machen das heute für unsere Stadt. Und ja, wir sehen uns gleich. In der Arena. Freunde, es sind drin. Die Spiele direkt vor uns. Duisburger. Die Balltür war auch am Start. Ja, Junge. Die Balltür war auch am Start. Weißer Blow zu Blöisdrucken N-S-O Gibt wieder einen S S Gibt wieder einen Zau Wo Gibt unsere Ausstellung des N-S-V U-V Untertäner Thomas hat sich für dieses Team entschieden im Tor halten sich zunächst bereit mit der noch 30 Dennis die 2 Bauer oh gut mit der 4 und Mavi und der 1 mit der 20 die 21 mit der 22 die 23 mit der 33 die 23 und die 23 die 23 die 23 die 23 die 23 ich habe einfach gedacht dass die Bankschule die Startelfen bekommen egal Nehmen wir mal die Stadtausstellungen von den beiden Mannschaften. Und die Freude an jedem Team, in unserer Reihe an. Wir sind im Seelen, wir sind im Seelen, die wir sind im Seelen, die wir sind im Seelen, und der Gott der NS-Vor, und wir stehen für euch im Anliegen an, Kommt, sie packt das auf, geht's, wenn wir es vor. Vamos, Männer, let's go! Es geht los! Und es geht los! Der Malto plog auch am Start. Erste Rutzort der Mestraum. Komm, Jungs! Der Malto plog auch am Start. Der Malto plog auch am Start. Der Malto plog auch am Start. Mann! Das ist ein Fehler, ja. Der Malto plog auch am Start. Der Malto plog auch am Start. Der Malto plog auch am Start. Einblockade. Deshalb haben wir keinen Handspiel. Das ist der Kibbutz-Volgegen-Titzlein. Das ist schon wieder, schon wieder. Wir müssen auch passen. 1. Neuversprung! EIGEZO! EIGEZO, glaub ich! EIGEZO! Gute Zeit. Endlich! Gute Zeit. 32. Spielminute. Sauber Hengen, mach ich Angst zu den Faltufer. Eeeh, 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 Oh! Noi sei, Noi zooo! Raffi! 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 Oh, my God! Raffi! 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 Man kann damit es klappt da hinten. Jeder rutscht, Alter. Man kann damit es klappt. Das ist super, Junge! Gleich knelt es einfach. Fuck! Weiter, Jungs! Weiter! Was machen die, Alter? Abseits! Glück gehabt! Gen tasten mad... Wıyorum! Wo alcoholic Mesler... ...he? MantRadio in eine das? Das ist das erste Mal Liga-Drei-Geles. Vier Minuten. Vier Minuten Nachspielseite. Kommt jetzt. Vier Minuten Nachspielseite. Vielleicht eine letzte Hoffnung. Die Ecke. Vielleicht eine letzte Ecke. Nächste Ecke. Vier Minuten Nachspielseite. Alles, auf der Lüge. Oh, Mann! Nächste Ecke. Das ist eine Enttäuschung. Das ist was. Laubern da oben, das sind die Presseleute, die da vorlaubern, Idioten. Also es sind ungefähr 20 Minuten vergangen, das war das vierte Nachspiel und es geht jährlich ab, ja. Ja Freunde, mein Call am Ende war da nur ein 1-2-1 gegen Mannheim. Aber ja, war verdient. Die Widerlage wäre ja auch verdient gewesen, aber immerhin ein Punkt. Wird nichts am Abstieg ändern, denke ich mal. Wir sind offiziell abgestiegen, mathematisch aber zwar nicht, aber trotzdem. Sehr schade, finde ich, sehr schade. Wir hatten genug Chancen, um heute zu siegen oder könnten wir verlieren eigentlich nicht. Aber ja, Hauptsache, hat der Friko von Mugl beibekommen. Bester Mann, los geht raus. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim Glättbach-Morgenspiel. Da ist ein Abo und Like, da kriegt ihr euch heute auf Instagram. Mein Insta ist in der Leo verlinkt. Und ich würde sagen, Freunde, auf rein, bis!